Halt dich mal schön, Schwert, ja ich süße, das war mein Kurzschwert, ne ich glaube nicht. Nein, so es funktioniert, da wird es nicht so. Gut, und tschüss. Niemand will den Scheiß kaufen, wenn du anbietest. Oder hast du neue Waren? Ich glaube nicht. Ne, halt dich wohl wahrscheinlich so. Dadadam, dadadadadadadam. Über diesen tollen Friedhof. So. Dann heilen wir uns doch mal. Da steht wieder die alte Oma, die wir einfach ignorieren. Ist mir doch egal, ob sie jeden Tag Nacht weint, unser Geist Schmerzen hat. Ich bin eine mächtige Abenteurergruppe, die wahrscheinlich mächtiger ist als die meisten Stadtwachen. Wie in den meisten Rollenspielen. Wenn die Stadtwachen mal wieder nicht mit den Wölfen klarkommen. Ich weiß gar nicht, welches Spiel war das, wo die Stadtwachen so absolut überhaupt nicht getaucht haben. Gut, ne, gut, ich war das nicht. Keine Ahnung. Ich könnte mal wieder speichern. Speichern wir! Aber richtig gut. So, jetzt will ich meinen Hauptcharakter noch schneller und stärker machen. Im Prinzip wäre es natürlich vernünftiger, ich würde das auch mal auf die anderen legen, aber, also zumindest auf die, wo wichtig sind, aber nun. Ich will mal gucken, wie weit man das Spiel bringen kann, bis es ab... oh Gott. Ich sehe schon, dass ich irgendwas kaputt mache und das Spiel dann deswegen nicht durchspielbar mehr ist. Und ich das selbst verschulde. Aber ich habe Backups, ich habe Backups, alles ist gut. Hier, ich mache ein paar Wheelies. So, jetzt muss ich, wo muss ich denn... Ich muss den ganzen Weg, gibt es hier eine Brücke, sagen wir bitte, dass es hier eine Brücke gibt, mit der ich über die Pferde komme. Mit der Brücke komme ich über die Pferde, weil ich sitze ja auf einem Fluss. Ja, leck mich. Oh, ich kann da doch drüber reiten. Okay. Dann ist ja alles in Ordnung. So, ich muss jetzt mal hier nach drüben. Bin ich irgendwie in der Wüste? Ich glaube, ich muss höher rauf. Ich muss nach oben ein bisschen. Mir ist es sicher, wo ich hin muss. Ich sehe mal wieder so viel. Mit so viel meine ich, ich sehe mal wieder gar nichts. Ich sehe einen Baum. Ich sehe noch mehr Bäume. Bäume sind böse, da kann ich nicht mit Pferden durchreiten, weil... Entwickler werden sich da was gedacht, Mompabai. Nicht wirklich, aber hey. So. Jetzt bin ich hier irgendwo am Geberge rüber. Am Geberge. Na, hast du eben schon geladen. Das ist wie verarschen. Upp. Mach mal Licht, komm. So, ich reite einfach mal gerade nach unten. Auf den Vorderhufen. Hier ist ein Fluss. Nein, hier ist ein Meer. Was? Reite ich denn rum? Das ist eine erstaunlich interessante Frage. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung mehr, wo ich bin. Sehr gut. Wunderbar. Alles richtig gemacht. Hier ist ja schon wieder Wüste. Hier sollte keine Wüste sein. Hier ist noch ein Fleckwüste. Wo bin ich denn hier? Hier ist ein Wald. Ah, ich bin genau richtig geritten. Wow, ich habe es geschafft. Perfekt, genau so richtig zu reiten. Die stehen an beiden Schildern. Oh, Fick dich. Boah, Fick dich. Ich habe dich gespeichert. Scheiße, Feuerwalze. Wir reiten hier mal fett die Feuerwalze raus. Und stellen schon mal sicher, dass zumindest einer von denen stirbt. Ich kann nicht nur mit einem Schlag einen Kobold töten. Oh, er wäre den Zauber ab. Sehr gut. Ja, ja. Wenn man auch immer, du mich trisst. Glühwann braucht mehr Verteidigung. Hör dir mal auf. Wie viel seid denn ihr? Wow, 29. Ich glaube, es geht los. Hopp, rollen wir hier die Feuerwalze aus. Jetzt soll ich die Geschwindigkeit doch auf meiner anderen legen. Ach, das sind Krieger und Paladine. Paladine ist eh irgendwann unbesiegbar und ein Krieger von Haus aus. Ach, Fick dich. Fick dich. Ihr dürft ja nicht blocken. Das ist doch verboten. Das ist doch das. Ich hoffe, die kommen dann nicht immer wieder. So, noch eine Feuerwalze. Los geht's. Je, der ist tot. Willkommen Angst? Ach, komm schon. Was macht Angst? Keine Ahnung. Das interessiert ihn aber auch nicht. Er pariert trotzdem alles. Ach, er wehrt, glaube ich, ab, wenn er das macht. Kann das sein? Wäre das im Rahmen des Möglichen? Yeah, und tschüss. Jetzt muss ich die nachrücken lassen. Das ist das Problem. Hat er immer noch Angst? Angst beseitigen hatte ich doch irgendwo hier, oder? Panik beseitigen. Ist Panik und Angst das gleiche? Weiß der Geier. Details, Details. So gut. Mehr die mal niederkommen. Ich hätte die alle auf den Eins schlagen lassen sollen. Au. Au. Hörst du auf. Du hast hier den Angriff. Gott, oh Gott. Das geht ja gar nicht. Das soll es halt meinem Heilergeschwindigkeit geben. Ihr habt zwar wieder nichts gebacken bekommen, ihr Vollpfeifen. Töre ihr den jetzt mal. Komm schon, stirb. Er stirbt einfach nicht. Fick dich. Was? Fick dich. Ach, ganz toll. Fick dich doch, Spiel. Ist ja gut. Ich gehe. Ja, hallo. Äh. Du weißt, ich war doch gar nicht... Ach so, weil die alle geschlafen haben. Ja, fick dich. Okay, wir warten doch ein bisschen, bis wir mit denen nochmal diskutieren. So ein bisschen. Ihr dürft heute nochmal weiterleben, weil ich gut drauf bin. Aber ich muss trotzdem die Pilze verwenden. Jetzt jetzt die Frage, werfe ich die auf meinen Heiler drauf, oder? Ach, was. Heiler können mich mal, so. Oh Gott, jetzt bin ich wieder hier. Heiler bräuchten keine Geschwindigkeit, die brauchen wir eigentlich so. Ähm, 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 ähm. Denn ich bin der einzig Wichtige hier. So, wir wollen einmal da rumreiten. Ein bisschen auf der kleinen rumreiten. So. Dann wollen wir hier runter und dann grad rüber. So in etwa. Können nicht ganz grad rüber, aber das passt schon so. Ja, da haben wir wieder diesen Fleck Wüste. Gib mir mal Licht. Danke. Danke Spiel. So, reiten, 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 reiten. Vielleicht auch auf jeder Kleinigkeit rum. Woher, 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 woher. Hm, hm. Was ist denn hier noch? Steine. Okay. Wir sind hier irgendwo in der Wüste? In der Karte ist hier keine Wüste. Was soll das in der Wüste darstellen? Schwierig zu erkennen. Aber dann wollen wir hier runter reiten. Umweg drum herum reiten. Und auf Frauen reiten. Hm, 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 hm. Sehr sexistisch. Ähm, wir wollen, wir wollen. Keine Ahnung. Ingame-Karten sind doch auch schöne Erfindungen. Schön, wie ich selbst mit Licht nicht mehr finde. Hier haben wir einen Wald. Das ist aber nicht der Wald von... Vorhin. Warte. Ah, doch, doch, doch. Da ist irgendwo die Hexe. Da ist das Hexenhäuschen. Kennt man gleich, dass es ein Hexenhäuschen ist. Dann ist es von außen kleiner als unser Charakter. So, wo ist denn jetzt die alte Hexe? Hier nicht, da nicht. Ja, schiebt dich. Äh, Hexe? Oh, was? Hab ich die jetzt übersehen, oder was? Katze? Hexe? Hexe? So, welche Gegenstand? Geh mir erst mal den blauen. Ich fühle mich stärker als jemals zuvor. Es wäre natürlich klüger, das jetzt mal im Heiler zu geben. Aber, pfff. Klug spielen war noch nie mein Ding. Und ich will mal wissen, wie weit man diese Werte hochtreiben kann. 95 von 60 und die Geschwindigkeit von 85 von 60. Ich bin recht schnell. Hey, soll ich mal einmal um den Planeten laufen? Soll ich es nochmal machen? So, und jetzt speichern wir hier. Und so wie ich das gesehen habe, kommen die also von beiden Schildern. Das ist staunlich, dass ich es geschafft habe, da rumzulaufen. Oder kommen die erst nachdem er das Quest gelöst hat? Ich habe mir auf jeden Fall die Schilder doch angeguckt. Ach nein, die kommen nur hier oben, wie es aussieht. Ja. Legen wir uns erneut mit ihnen an und verlieren erneut. Gut, wir fokussieren unseren Angriff auf einen. Und zeigen dieses Mal keine Gnade mit gar nichts. Ich dachte, da käme irgendwie zwei, aber so ist Feuerwalze. So, äh, Antimagie benutzt mal das. Warum frisst das so viel mehr als die anderen? Ich habe keine Ahnung. 35, fick dich. Die machen derbe viel Schaden, die Viecher. Die dürfen auch zweimal angreifen, das ist voll unfair. Ja, lass Grüber doch mal in Ruhe. Ich hoffe, der verreckt mir jetzt nicht gleich. Das ist das Problem, ich will nicht, dass die sterben. Wir kommen jetzt, glaube ich, keine Erfahrungspunkte und ich muss sie wiederbeleben. Und lauter so ein Unsinn. Ah, jetzt werden die den Zauber wieder alle ab. Nein, nicht alle. Okay. Passt das Ziel, gut. Zaubern. Heilung 5 auf Grüber, aber schnell. Du wirfst mal einen Waffenschutz, ne, Rüstungsschutz raus. Wir attackieren mal nach hier oben und so. Und werfen noch eine Feuerwalze. Ja, jetzt sind ein Molotow-Cocktail an. Nein, 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 nein. Aaaaaah. Jetzt darf ich wieder laden. Fick dich. Warum müssen sie auch ausgerechnet den ständig angreifen? Wir brauchen mehr Verteidigung. Viel mehr Verteidigung. Ja, blablabla. Ich kann nichts, ob ich hier wiederbeleben oder so ein Mist. Aufwecken. Nein, das, was ich können müsste, kann ich wieder nicht. Waffenmacht. Euch gebe ich. Was gibt denn hier so einen Erfahrungspunkt überhaupt? Habe ich auf, den Zauber abzuwählen? Ja, fast. Also. Müssen wir auch irgendwann mal nachgeben. Ich bin hier der Mächtige und so. Naja, für den Zauber aus. Ich schlafe mal wieder ein, sehr gut. Gut, dass ich als erster angreifen darf. Ach, komm schon. Jetzt sterbt für die Hälfte ein. Ja, fick dich. Ja, fick dich. Sterb dir jetzt bitte mal. Nein. Sehr gut. Sie sterben nicht. Das ist ein leichtes Problem. Ganz leichtes. Jetzt habe ich noch einen Feuerstrahl. Kann er noch zaubern. Wow. Jetzt nicht gleich so die heftigen Zauber auspacken. Wieso nimmt mein Paladin mehr Schaden von den Angriffen als mein Magier, der praktisch gar keine Rüstung hat? Was soll denn der Unsinn? Ich meine, der stirbt natürlich auch, aber... Und da sind sie tot. Ne, haut jetzt ab. Es gibt mir so einen Erfahrungspunkt. Okay, jetzt heißt es nur durch drei. Toll. Ist natürlich auch wieder leicht scheiße. 106. Kommen die nochmal, wenn ich da nochmal hinreite? Nö. Egal. Das ist nicht so optimal. Sag ich mal. Gut, dann eben nicht. Ich schenke mir mal mein Tee noch. Der Verminidstee. Der macht mich um drei Prozent klüger. Wie viel war nochmal drei Prozent von 100... Von 100 mal... Was? Die sind überall... Wie bin ich da an den... Wie komme ich... Was? Als ich hierher gereist bin, bin ich an allen vorbeigelaufen. Ist mich verarschen? Wie habe ich das gemacht? Ernsthaft, wer wird das hinbekommen? Rüstungsschutz. Ich versuche einfach nochmal mein Glück. Ja, ich habe nur leider kein Glück. Hat Grüber nicht auch die höchste Verteidigungswert? Also so... Nee, Rüstungswert nicht. Aber so Verteidigungs-Dingspunkt technisch gesehen... Ach, leck mich. Ja, die scheiß Kobolde, die geht mir voll auf den Sack. Ihr könnt nix. Theoretisch könnt ihr nix. Praktisch könnt ihr mich sehr wohl noch töten. Nein, Moment, die machen gar keinen Schaden mehr. Wow, meine Leute treffen mal wieder. Und er? Er wird nicht, aber er wird aber trotzdem nicht getroffen, oder wie? Ganz toll. So, jetzt habe ich Anti-Magie bitte noch. In weiser Voraussicht, was passieren wird, sauberst du schon mal so. Meine Dusche lägst mir da hinten drauf. Und du wirfst noch eine Feuerwalze raus. Mit anderen Worten, er wirft einen Molotow-Cocktail. Nein, nicht, Hasrik. Was soll denn der Mist hier? Egal, Grüber wird gleich geheilt, wenn er es überlebt. Crack muss auch schon wieder geheilt werden. Haha, ihr könnt nicht entkommen. Verbrennt. Yeah, gelingt sehr gut. Und der Spruch gelingt auch sehr gut so. Bitte heil dich mal, heil dich, ich heil dich mal selbst. Du zauberst noch Waffen macht. Und du zauberst noch eine Feuerwalze. Und dann kriege ich die hoffentlich bald klein. Hoffentlich. Töte sie. Nein. Nicht abwehren. Abwehren ist böse. Ach, komm schon, du hast 95%. Er hatte doch 95%, oder? Ich glaube schon. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bekomme die Typen nicht tot. Und meine Zauberer sind ein total unfähiger Versager mal wieder. Er nicht, weil er hat 100% noch irgendwas. Er kann nicht mehr daneben zaubern. Töte diesen Irrwicht. Dann eben nicht. Ich bekomme Angst. Ich habe schon angegriffen. Nicht so schlimm. Nein, 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 nein. Boah. Heil dich. Heil dich. Nein, nicht abwehren. Boah, Alter. Werde ja mal so freundlich jetzt alle hier zu. Ich kann nicht angreifen. Sehr gut. Ich müsste das jetzt beseitigen, aber ich muss das jetzt mal heilen. Scheiß und Dreck. Heilung 5 auf. Da, fuck. Das Gesicht. Sehr schön. Ich kann nicht angreifen. Hast du noch irgendwas an Zaubern übrig? Feuerstrahl. Ja, das hilft. Das hilft. Das wird eng. Ach, Grübern. Ja, Grübern geht noch. Grübern hält das aus. Der ist hart im... Naja, nicht wirklich. Boah, ihr gelingt. Ich mache zwei Schadenspunkte. Boah, Glück. Würdest du den bitte mal töten? Danke. Kann ich jetzt wieder angreifen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann beteiligst du mal... Ich habe schon alles drauf, was man so technisch draufhaben kann, oder? Ich hätte noch Hass im Angebot. Ah, Panik beseitigen. Warum auch immer das hier Angst heißt und da heißt es Panik, aber hey, geht halt. So, wir hoffen, dass niemand stirbt. Wow, 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 wow. Also, wenn ich in der nächsten Runde nicht gewinne, habe ich ein Problem. Also, jetzt gleich. Stirb, stirb, stirb. Scheiße. Nein. Töte ihn, tötet ihn. Oh, Glück. Und jetzt hau ab. Ja, hau ab. Ich will dich gar nicht mehr. Ich... Hau ab. Geh weg. Leck mich, Spiel. Leck mich. 53 Erfahrungspunkte. Wow, die Tropen... Die haben Bogen. Das erklärt, warum die so gut treffen, so. Zusammen ist hier mal ein Messer, die kann man lustigerweise stapeln. Das sind ja nur kleine Messer, die kann man diesen wunderschönen Messerblock kaufen. Äh, wunderbar, einen Messerblock stecken. Wenn Sie jetzt zu diesem einmaligen Sonderangebot gratis dazubekommen, wenn Sie jetzt das Supermesser...